Was ist das Ehrenamt? Und deswegen war es uns, war es auch mir persönlich wichtig, dieses Ehrenamt zu stärken. Wir haben in dieser Woche ein Gesetz auf den Weg gebracht, das eben genau dies leisten soll. Wir erhöhen beispielsweise im nächsten Jahr die Übungsleiterpauschale. Wir begrenzen die Haftung für Menschen, die sich ehrenamtlich in den Vereinen betätigen und vieles mehr. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie mich an. Ansonsten herzlichen Dank an alle, die sich irgendwie ehrenamtlich engagieren und alles Gute dafür.